Kleid, Anzug, Ring, Gäste, Blumen, was Altes, was Neues, was Geborgtes, was Blaues, fehlt noch was? Ein Partner, es muss jemanden geben da draußen, der könnte schon mal auftauchen. Hochzeit auf den ersten Blick ist zurück. Es ist ein Sozialexperiment. Einen fremden Menschen sofort zu heiraten. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Kann aus Wissenschaft Liebe werden? Hochzeit auf den ersten Blick. Ab heute um 17.30 Uhr in SAT.1.